hallo und willkommen zu einem neuen funke feuerwerks video heute habe ich die oktoplus heuler für euch endlich mal und das sind 30 gramm nic das heißt 10 gramm pro stück sind drei stück enthalten so sehen die aus und wir werden sie einfach mal alle zünden ja viel spaß jetzt zum ersten mal die oktoplus da bin ich mal gespannt mega geil mega mir gefallen die richtig laut geil und noch ein dritten also die kann man sich immer geben also ich konnte bis acht zählen und plus reckling ja dann tschüss bis zum nächsten mal top also so 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 so